Das iMOOX-Logo, ein Smiley mit Brille. Farbige Würfel und der Schriftzug MECOMOOC. Verschiedene Szenen, in denen Laptops, diverse Apps und eine Videokonferenz gezeigt werden, untermalen das Gesprochene. Digitale Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie erleichtern unser berufliches und privates Leben. Voraussetzung dafür ist, dass man digitale Tools kompetent einsetzen kann und die Vorgänge im Hintergrund versteht. Man sollte also digital kompetent sein. Vortrag von Gerhard Brandhofer. Im Hintergrund wird die Website Digi.com dargestellt. Alle eingeblendeten Links werden im Transkript angeführt. Um hier die Übersicht zu bewahren, was Schülerinnen und Schüler können sollen, wurden vom Bundesministerium Kompetenzmodelle für bestimmte Schulstufen entwickelt. Unter der Bezeichnung Digi.com sind diese Modelle gesammelt und veröffentlicht worden. Digi.com definiert Zielbilder der digitalen und informatischen Kompetenzen, die Schülerinnen und auch Pädagoginnen und Pädagogen zu bestimmten Zeitpunkten ihrer schulischen oder beruflichen Laufbahn erworben haben sollten. Die Digi.com-Modelle sind in jeweils vier Bereiche gegliedert. Informationstechnologie, Mensch und Gesellschaft, Informatiksysteme, Anwendungen, Konzepte. Es finden neben den Anwendungskompetenzen also auch Medienbildung und informatische Bildung gebührend Platz. Digi.com 4, Digi.com 8, Digi.com 12 sind ausgearbeitet und es gibt auch zahlreiche prototypische Beispiele. Das finden Sie alles auf www.digicomp.at. Einblendung der Website, e-education Austria. Wo gibt es passende Inhalte zu den Digi.com-Modellen? Beispielsweise auf e-education.at unter Ressourcen e-Tapas. e-Tapas sind digitale Inhalte entwickelt von Lehrenden für Lehrende. Mit der Filterfunktion rechts lassen sich einfach für den eigenen Unterricht passende Inhalte finden. Stefan Schmidt spricht im Hintergrund die Website digi.check. Der Digi-Check trägt im Rahmen der Digi.com-Initiative des Bundesministeriums für Bildung dazu bei, dass sich Schülerinnen und Schüler sowie Pädagoginnen und Pädagogen jederzeit ein Bild über die persönlichen, informatischen sowie digitalen Kompetenzen machen können und sich Pädagoginnen und Pädagogen jederzeit auch ein Bild über die informatischen und digitalen Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler machen können. Es gibt drei Varianten je nach Schulabschlussstufe, den Digi-Check 4, 8 und 12. Josef Buchner fängt ein Smartphone und spricht. Um digitale Technologie im Unterricht adäquat einzusetzen, braucht es auch digital kompetente Pädagoginnen und Pädagogen. Oder Stefan? Josef Buchner wirft das Smartphone in die Luft und Stefan Schmidt springt kurz ins Bild und fängt es. Stimmt schon! Schematische Darstellung des Kompetenzmodells. Daher wurde von der virtuellen Pädagogischen Hochschule im Auftrag des BIMB ein Kompetenzmodell für Lehrpersonen erarbeitet. Basierend auf nationalen und internationalen Modellen soll das Kompetenzmodell unter anderem als Instrument zur Selbsteinschätzung und kontinuierlichen Professionsentwicklung von Pädagoginnen und Pädagogen dienen. Im dreistufigen Kompetenzraster werden jene digitalen Kompetenzen aufgezeigt, über die Studierende zu Beginn und zu Ende des Lehramtsstudiums und Lehrende nach fünf Jahren Berufstätigkeit verfügen sollten. Stefan Schmidt spricht, dahinter eine Liste mit Links der Pädagogischen Hochschulen in Österreich. Alle Fort- und Weiterbildungsangebote der Pädagogischen Hochschulen finden Sie in den einzelnen PH-Online-Portalen der Pädagogischen Hochschulen. Für den Bereich Digi.com.p werden diese auch zusammengefasst auf Digifolio, also auf der Webseite www.virtuelle-ph.digi-folio. Sie können von dort aus jede Lehrveranstaltung buchen. Josef Buchner spricht vor der Website der virtuellen Pädagogischen Hochschule. Zudem gibt es unterschiedliche Lehrgänge an den Pädagogischen Hochschulen und eine rein digital innovative Fortbildungsmöglichkeit an der virtuellen Pädagogischen Hochschule. Damit können Sie sich dann von jeder Couch aus einfach online fortbilden. Die Website imoox.at wird im Hintergrund eingeblendet. Weiters bieten auch Universitäten und Bildungsinstitutionen Weiterbildungsmöglichkeiten an. Zum Beispiel die Plattform imoox, bei der Sie jederzeit Massive Open Online Courses belegen können. Der Nachspann mit Quellenangaben und Produktionsdetails wird eingeblendet. Informationen dazu sind im Transkript detailliert aufgelistet.